Ich stelle euch dazu. Ganz aufgemacht. Oh, guck, 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 nein! Oh, nein! Jetzt hat er den Braten gerochen. Okay, ist hier jetzt noch irgendwo ein Feind? Was ist mit dem Gefängnis? Im linken Gefängnis. Einer nur oder mehrere? Und einer mit dem roten Rucksack fehlt. Ja, roter Rucksack, grüner Rucksack, blauer Rucksack. Der blaue Rucksack ist gerade abgehauen. Wahrscheinlich, also es sind noch zwei wahrscheinlich. Er ist dann hier irgendwo rum. Kommen wir her, pushen wir mal hier, wieder rein. Okay. Ach so. Peschi, da sitzt du. Wir sind ja alle vier hier. Ja. Ich dachte, das war von drei die Rede. Tazo ist auch noch nicht dabei. Jaja, Tazo läuft weiter. Okay, alles klar. Die Tür vom Gefängnis ist zu, oder? Ja. Ja, der ist... Wenn er sich nicht ausgelockt hat, ist er noch drinnen. Mosin. Nicht rein, nee, nicht ran. Bleib da. Der Tazo soll mit der Mosin sich rechts bei dem hinteren kleinen Gebäude verstecken. Und nur mit Kuh draus schauen. Und einer soll die Tür aufmachen. Okay, dann mach ich mal. Wenn er bereit ist, Tazo, dann mach ich mal einen Lockvogel. Ich steh euch dazu. Bereit? Kannst du aufmachen. Oh! Guck, 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 guck! Nein! Tot, nein! Am Hangar. Am Hangar? Links, rechts. Außen. Auf der Seite von der Landebahn. Aha. Und am ersten Mal was. Ja. Tazo geht er weg. Tazo geht er weg. Bist du tot? Hangar guckt... Ja, ja. Das bedeutet unglaublich, ja. In der�ages... Es tut mir leid. Wenn wir auch mit Waffe das aufmachen. Ist es noch nicht Schnee genug. Ja, da wäre ich halt trotzdem nicht. Ich war schon weg, eigentlich. Decks du noch Haupteingang? Nee, für mich nicht so, ne? Dann deck du den Hangar anfangen. Deck du den Hangar anfangen. Deck dir hinten Hangar? Die, die so von außen scopen, oder? Ja, ich wollt grad vorwenden, dass ich den vom Hangar erwisch bin. Tazo, du musst... Was willst du jetzt von mir? Du musst vorne Hangar decken, weil vorne Hangar einer angesagt wurde. Wenn du da stehst, musst du vorne Hangar decken. Weil du vom Winkel her großer bist, gleich bist du tot. Komm, ich mach das. Ich renne hinten rum. Ja, warum machst du das nicht? Der steht doch schon hier. Weil du vom Winkel viel besser stehst, als ich. Ich kann dich nicht decken, wenn ich hinter dir stehe. Dann sieht er dich eher als mich. Das ist ne ganz einfache Grundregel. Wo habt ihr denn auf der Lanebank stehen? Er lädt oben nach, er lädt oben nach. Ich hab einen oben nachgeladen. Ich komm hinterher. Im Gefängnis. Komm, 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 komm. Der ist oben. Bist du drin? Ja. Ich mach Tutze. Warte. Ich glaub ich bin Scheine hinterher weg. Warte, 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 warte. Ich mach weg, so. Ok. Kurz reden. Ok, ich rede kurz. Wo ist er? Hello, can you hear us? Ist er oben? Ja, oben Gefängnis. Aber passt ihr bitte auf Drossen auf, warte. Ist er hinten im Raum? Hello, can you hear us? Ja. Hello, please answer. So. Oh, er guckt da durch. Hast du gesehen? Hier? Und über mir, über mir. Hier. Hier über mir. Hast du gesehen? Ja. So, was auf. Du, M4, deck mal bitte so nach oben. Und Taro guckt da zu anderen. Ist er down? Nein. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down? Ja. Loi, ich hab ihn gekriegt. Loi. Ich hab ihn gekriegt. Du hast ihn gekriegt? Ja. Achso, dann ist gut. Dann hab ich in den Dings geschossen. Ey, fies der. Aber guter Push, Leute. Oh, alles. Alles. Wow. Alles noch da, ey. Ich hab ihn nicht schottet. Ja, ist gut. Gute Stellung da unten. Sieht da, ist was mit dem einen Typen beim Hangar. Ich hab eindeutig was gesehen. Okay. Aber auf der Seite, wo die Landebahn ist. Ich seh da noch nix, Hangars. Dann ist er, der hat sich wahrscheinlich entweder in die Hangars verzogen. Lass mal hier schnell looten, den Typen. Heiden. Und dann machen wir den am Hangar. Äh, ja. Könnt ihr was aus meiner Leiche safen? Kannst du hier wieder hinrennen? Geht das? Äh, ja. Ich bin grad Amster. Ich muss jetzt nochmal mich töten und dann nochmal halten. Ja, ähm. Ich, ich guck, dass ich jetzt gleich da hinkomme. Es ist für mich jetzt ein bisschen gefährlich da draußen. Alleine zu looten. Wer lootet? Ja, ich mein halt nur so. Leute, nehmt was raus. Ich hab, brauch nichts. Ich will seinen... Von mir ist kann der... Ich überschritte? Bei uns? Ist jemand bei uns? Ist jemand vor unserer Tür? Alles gleich, ich komm gleich wieder rein. Was ist mit Peschi? Wenn keiner was sagt, schieß ich gleich. Ich hab die komplette Landebahn in Sicht. Ja, ich hab P-Schritte gehört. Wenn sie jemand bei den Hangars bewirkt. Hast du den Gefängnis auch gesehen? Der ist hier vorne. Der ist hier vorne drauf. Wo sind die anderen? Er ist... Er ist vor der Tür. Schön, dass Peschi gut deckt. So. Ein Equipter mit Militärhelmen hat eben vorne gelootet. Und zwar wirklich... Wir sind die anderen drei. Wie, welche anderen drei? Wir sind zu dritt innen drin im Gefängnis. Und jetzt hat einer gelootet hier. Und ich hab jetzt nicht gesehen, wo er hin gerannt ist. Könnte... Der müsste hier stehen. Hier, 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 hier. Ja. Da. Irgendwo hier. Der splittet. Okay, ich push raus. Ich renne rechts rum. Okay, push die links rum. M4. 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 Geh links rum. Wo ist er? Bei mir. Der läuft jetzt in dir. Zu dir. Ja, er kommt zu dir wieder. Boah. Hab ihn. Der hieß Blackadder. Ja. Next time. Just speak with us. Thank you. Er ist tot? Er hat... Er hat... Ach, alles ruin. Den kannst du komplett hier... Heiden. Ja, heide den mal. Aber der hat hier auch... Nee! Habt ihr geheitet? Ja, ich hab geheitet. Ah, der hat komplett wicked gelootet. Aber war eh alles ruin. Nein! Ist meine Leiche noch da? Deine Leiche ist noch da? Aber wir haben gerade den Typen geheilt. Und dann bin ich um die Ecke gegangen. Ja, ja. Hattest du einen roten Backpack auf? Nee, ne? Ja. Alle Sachen waren zerschossen. Und so haben wir dir neue. Ich mach wieder die Tür zu. Ja. Kannst du dir meine Schuhe safen? Deine Schuhe? Ja. Du. Oben ist der eine mit der Mosi. Den kannst du haben. Ja, aber dann packt mal das schon mal zur Seite. Ja, aber dann packt mal das schon mal zur Seite. Nein. Oder soll ich grad wohin rennen? Darf ich mal durch hier? Darf ich mal durch hier? Darf ich mal durch hier? Oder soll ich grad wohin rennen? Irgendwo zu nem Busch, wo keiner guckt. Weil... Hier ist wer eingeloggt, hier ist wer... Oder sind wir das? Hier ist grad wer eingeloggt. Du hast nachgeladen? Sicher? Nein. Ich hab nachgeladen, ich hab nachgeladen. Ja, warum sagst du das denn nicht? Ich hab ein Nachladegeräusch gehört. Es gibt... Es gibt nicht mehr sowas. Ja, richtig. Stimmt. Das hat sie nur im Gehirn festgebrannt. Ja, stimmt. War jetzt einer noch im Haken oder nicht? Ich glaub... Weiß nicht. War das der? Bin mir nicht sicher. Auf einmal... Das ist... Doch, das ist der mit dem roten Rucksack. Ja, das war der. Ja. Roter Rucksack hat der. So, der hat sie den ganzen ersten gesehen. Das war der am Hangar. Weiß nicht, bis jetzt hab ich nichts im Hangar sehen können. War das der... Hier, du musst... Du musst ja unten die Tür treffen, ne? Das war das der am Hangar. Was? Der... Mit dem roten Backpack. War das der, der am Hangar vorne gesichtet worden ist? Das kann ich nicht genau sagen. Ich hab das überhaupt nur jemanden gesehen. Warte mal, der mich... Der mich ane schossen hat, meinst du? Ach ne, also ich mein den, der jetzt vor Hangar angesagt worden war. Der hatte... Oder ob der noch lebt. Ja, genau. Ne, Hangar. Ne. Hangar bei Airfield vorne. Hangar. Wo ich gesagt hab, stell dich mal so, dass du da hinguckst, weil ich dich nicht decken kann. Wo ich das gesagt habe. Da wurde Hangar vorne angesagt. Ja, das ist der von Tower von Anfang an. Wo wir uns reingeloppt haben. Lebt der noch? Oder ist der tot? Wissen wir das jetzt schon? Ja, das ist der mit dem roten Rucksack, der Dings gelootet hat. Ach so, also dann ist er tot. Wenn das ein roter Rucksack war. Weil der liegt hier. Ich hab ihn doch geheilt. Ja, aber ich wollte halt wissen, ob da der war. Hätte auch wer anders sein können. Dann haben wir alle hier um Airfield down. Außer der mit dem blauen Rucksack, ne? Ne, der ist weggerinnt. Die Leiche hier. Guck mal. Hier. Hat einer jetzt meine Schuhe? Nein, wir haben deine Leiche geheilt. Was waren mit den Schuhen? Ah, man. Die Hornhochsen, man. Die Schuhe sind voll wichtig, man. Die sind voll selten. Wie hießen die denn? Das waren pinke Schuhe, man. Ach, pinke Schuhe. Ich hätte noch Jungle Boots Pristine Black anzubieten. Nee, okay. Ah, hat ja jeder. Ah, come on, ey. Keiner von denen redet, ne? Kannst du mir ein Naked geben? Wer liegt denn hier tot? Ach so, er. Kannst. Ey Leute, ich brauch ein Naked. Unbedingt. Ich hab auch keins. Ich hab keins. Ich hab keins. Ich habe eines. Boah. Ich will nicht, dass meine Hose kaputt geschossen wird. Boah. Deine schöne Hose. Gut, ich loote mal weiter, ne? Das wäre mir jetzt zu langweilig. Da hat er jetzt schon zu sitzen. Den brauchst du noch Naked? Ja, scheiße. Ich hab mir nur die Beine gebrochen. Kacke. Was mach ich jetzt? Wie hast du denn das geschafft? Ja, ich bin vom Gebäude runtergesprungen. Kann einer... Ich hätte irgendwas anderes suchen sollen, was sicherer tot ist. Kann einer das Gefängnis bewachen? Wo wir die Leiche gedudelt haben? Ja. Ja, ich bin da. Okay. Das wär bei mir jetzt? Oder ist das? Ich bin das. Robert, alles klar. Komm mit. Da schlocken noch einen mit M4 hier, oder? Mensch. Wo soll ich denn das wissen? Bist du der Pate hier, oder nicht? Spate? Was ist das denn? Pate. Pate? Wie die Mafia. Ich bin der Killermann, aber nicht der Pate. Oh ja, hier ist jetzt wo nix drin. Gehen wir mal links rum. Jetzt links rum nochmal. Ich hoffe du hast den Zombie nicht erschreckt. Ich hoffe es auch nicht. Okay. Du machst. Ich mach auf. Denk dran. Du wirst nur schnell genug, wenn du keine Waffe nahrern hast beim Aufmachen. Das hat wirklich der eben erfahren bisschen. Nö, es geht uns so. Selbst dann, ne. Um Aufübung. Ich war eigentlich schon weg, aber... Oh. Türen sind oben auf. Oh, unten auf, unten ist auch frei. Türen sind oben auf. Okay, Moment. Und ist auch Mietwaffe schnell genug, aber es braucht Timing. Wo seid ihr jetzt? Im Gefängnis. Osten. Frei oben. Okay. ACOG. Deadly damaged. Scheiße. Warte weiter geht's. Warte weiter geht's. Ich guck so nicht. Was? Ich guck so nicht drauf. Auf den Eingang. Was für den Eingang? Ich bin vorher angesagt worden, dass das in der Halle einer ist. Bin ich auf der... Nördlichen Seite vom Airfield. Ich hab den Tower im schönen Blick. Die Hallen. Alles von Norden weiß. Okay. Ich geh hoch. Wernt man das decken oder was? Um die Ecke rennen und weg rennen? Was war das denn jetzt? Hallo. Hallo. Da? Ja du sollst mich decken. Ich renne die Leiter und du rennst weg um die Ecke. Ist das decken? Ich weiß nicht so richtig. Ich guck das eher weglaufen. Okay. Wir müssen mal einen taktischen Grundkurs machen. Ja den ich wünsch den ich irgendwie anders mitspielt. Das bringt uns ja nix. Ja aber mit denen die jetzt öfters mitspielen. Die können wir mal... Mal spielen sie öfters mit. Mal spielen sie öfters mit. Mal nicht. So ist ja nun mal. Da rennt einer. Richtung Gefängnis. Wo? Wo? Mir? Vorne? Bei mir. Bei mir. Okay. Oh noch einer. Auf du scheiße. Oh. Kommen die hoch oder weit? Die rennen... Die rennen beim... Richtung Kasnostorfberg. Wie? Richtung Gefängnis. Wo liegst du denn jetzt? Du liegst... Beim Zaun. Beim Zaun. Du liegst beim Zaun? Nordwestlich. Oberhalb vom ersten Gefängnis. Dort kommen zwei. Boah ey. Nordwestlich. Oberhalb vom ersten... Wo... Wo darf ich jetzt nicht hinrennen? Lass mal vorne an den Gast lang. Wo darf ich jetzt nicht hinrennen? Ich komme quasi von Kasnostorf... Also von Kasnostorf rein. Von Kasnostorfbergseite Richtung Gefängnis. Bergseite. Okay. Sind die schon jetzt dran? Oder? Ja. Ja. Okay. Sind die schon am Gefängnis? Nein. Kann ich nicht sagen. Aha. Was haben die für equipt? Na? Ab Waffen. Ja. Was haben wir denn? Wollen sie nicht sehen? Ja. Ich sehe sie. Die haben mich selber sehr schreckt. Die sind jetzt beim Haupteingang. Tag Leute. Deckst du mich bitte rechts Gefängnis? Leute. Leute. Lass sie nicht reinkommen. Lass sie nicht reinkommen. Leute. Ja. Woher deckst du mich bitte auf der rechten Ecke Gefängnis? Die waren. Ich habe sie noch beim Wald gesehen. Beim Haupteingang. Und jetzt habe ich sie verloren. Die randen irgendwie Richtung Bauwagen. Da rein rein. Wo rennt der hin? Mach mal grad den Zombie. Richtung in der Ostwell. Der Zombie ist scheiße. Ah. Zwei. Einer rennt direkt am Weg. Ja. Ich gehöre mich um den Zombie. Und der andere? Der andere entbitten am Feld. Okay. Zombie is down. Ich seh jetzt leider grad keinen. Wo bist du grad denn? Ich bin am Hangar. Rechts hinten Hangar. Aber ich kann mit der Beschreibung von Andreas nichts anfangen. Sie sind jetzt in der Baumreihe über dem Industrial. Ah ok. Also wirklich über dem Industrial. Wenn ich da jetzt raus renne, bin ich nicht tot. Warte. Warte kurz. Warte kurz. Ja ich seh sie von da einfach schlecht. Ich bin jetzt Baumreihe. Beim Haupteingang. Und wirklich die, die äh. Also wirklich jetzt. Die Bäume beim Industrial. Westlich vom Industrial. Die Baumreihe die, die westlich weg geht. Der Straße entlang. Äh. Ich verstehs nicht. Westlich. Also die. Da hast du Richtung Gefängnis rausgehst. Die zum Berg. Ja die Straße Richtung Berg. Oh. Ach du Scheiße. Der ging auf mich. Hat er mich aber nicht getroffen. Ja da sind sie irgendwo ja. Oh oh. Der ist neben mir. Der ist neben mir. Der ist neben mir. In in. Der ist ja noch. Der ist ja noch. Der ist ja noch. Wo? Ich weiß es nicht. Rennen wir da? Wo bist du? Wer ist im Gefängnis drin? Ich. Ich. Und wo war der? Wo war der Gegner jetzt? Hast du mich geschossen an? Wer läuft auf der Straße? Ich. Okay. Aber ich. Da hast du auf mich geschossen? Warst du gut auf? Nein. Nee. Aber die Schüsse kamen genau hier zu mir. Wo. Wo ist der? Ey. Der ist in den Bäumen. Der ist in den. Da steht er doch. Ja richtig. Ja ja ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Danke. Ich. Ich bin Richtung Kasselsdorf Berg. Ah. Jetzt kommt meine Waffe nicht rein. Super. Super. Jetzt sehe ich ihn. Okay. Und da ist er auch. Aber ne SKS. Ein schlechtes Schussfeld hier. Kannst du den ein bisschen rausloggen in den du vorbei rennst? Ich? Ja. Du. Aber nicht mit Waffe. Renn mal. Ah. Da. Äh. Der rennt jetzt. Wohin? Äh. In das Tür. Blaues Backpack. Jetzt. Von der ist weiter? Der zweite ist hier noch irgendwo im Wald drin. Sprinte mal einfach ein bisschen nach in das Tür. Aber mehr mit links Abstand. Einer rennt jetzt. Ah. Wo? Ich sehe dich nicht. Du sollst mir in das Tür rennen. Hier bin ich doch. Ich sehe dich nicht. Ja. Das war auch schon wieder der zweite Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abo auch gern gesehen. Ansonsten seht ihr hier jetzt schon Teil 3. Aber gerade in dem Moment bin ich durch den Zaun gestiegen. Heife. Ja. Danke.